Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Also ihr erinnert euch bestimmt noch an das Video das letzte Mal in Flattis Studio? Das Video heißt jetzt das vorerst letzte Mal in Flatti Studio. Wieso habe ich den Titel geändert? Ganz einfach. Ich werde noch ein paar Monate noch in meinem sogenannten Studio, also meiner Noch-Wohnung noch leben und da möchte ich auch mal wieder in meinem Studio mal wieder Videos drehen und deshalb habe ich den Titel geändert. Und dieses Video wird auch in meinem Studio aufgenommen. Also ich bin hier auf meinem Balkon und was ich mit euch vorhabe, Ich will euch zeigen, wie spartanisch ich lebe. Also ein User-Wunsch war es, dass ich mal eine Rom-Tour mache und das möchte ich jetzt auch damit machen. Und ohne weitere große Worte zu verlieren, wünsche ich euch viel Spaß bei meiner Rom-Tour. Eine kleine Warnung, das Video hat deutliche Überlänge. So, das ist mein Hauseingang. Also den Teil, bis ich oben in meiner Wohnung angelangt bin, den könnt ihr vorspulen. Es sei denn, ihr wollt noch ein paar Informationen über dieses Haus hier hören. Also das Haus ist Baujahr 1978, also 1978. Dementsprechend ist der Fahrstuhl auch so alt. So, in den dritten Obergeschoss muss ich. Also meine Wohnung ist 82 Quadratmeter groß. Also noch Wohnung besser gesagt, das sogenannte Studio. Und hat dreieinhalb Zimmer. So, oben angekommen, meine Haustür mit mehreren Schlössern. Dann schließen wir mal auf. Aber selbstverständlich habe ich nicht alle Schlösser zugemacht. Wo nichts mehr drin ist, kann auch nichts mehr geklaut werden. Also so gut wie nichts mehr drin. Was ich damit meine, ihr werdet gleich sehen. Das war erstmal ein Soundcheck. Den werdet ihr gleich in jedem Zimmer, wo ich mit der Kamera reingehe, auch hören. So, hier einmal ein kurzer Schnellblick auf den Flur. Gleich geht das Detaillierte los. Aber zuerst geht es auf dem schnellsten Wege in die Küche. So, ich bin jetzt in der Küche angekommen. Also hier seht ihr mal den Blick aus dem Küchenfenster. Sehr hochhausmäßig. Und hier ein paar Mobiliar. Also ganz links ist ein Kühlschrank. Dann ein Herd. Dann Küchenschränke. Die Türen habe ich aus Sicherheitsgründen entfernen müssen. Denn hier die Küchenschränke sind genauso alt wie das Hochhaus hier. Also 40 Jahre. Und hier seht ihr ein bisschen Essensvorräte. Und ein bisschen Toilettenpapier. Im anderen Küchenschränke ist ein bisschen eine Tasche untergebracht. Und sonst hier ist mein Ladekabel für mein Handy. Eine Spülmittelflasche. Waschbecken. Und eine Mikrowelle. Ach ja, und einen Topf. Und eine Orange. Ach ja, und meine Wasserflasche. Aber warum wollte ich ja euch zuerst die Küche zeigen. Ganz einfach. Ich mache gleich erstmal den Kühlschrank aus. So, ich war vorhin noch einkaufen. Habe die Küche komplett aufgefüllt. Und damit ich gleich in jedem Raum eine Zauncheck machen kann. Und dann schnappe ich mir erstmal ein kohlensäurehaltiges Getränk. Ihr kennt das ja bestimmt schon aus einer meiner Videos. Mauten-Doo. So, jetzt werde ich das mir erstmal genehmigen. Und gleich geht es weiter. So, das Mauten-Doo ist ausgetrunken. Und jetzt können die Zaunchecks auch losgehen. So hört es sich in der Küche an. Natürlich ohne Hall-Effekt. So, die andere Seite der Küche. Hier ist nichts. Okay, das war es eigentlich jetzt soweit von der Küche. Jetzt machen wir die Tür auf. Und dann zeige ich euch mal jetzt den Flur. So. Das hier ist mein riesengroßer Flur. Hier ist nichts. Am Ende des Flurs ist mein kleines sogenanntes Reich. Also mein kleines Zimmer. Also da, wo die Bettdecke jetzt drüber liegt, da schlafe ich. Auf einer Luftmatratze. Da drunter ist noch ein Kopfkissen. Hier haben wir noch eine Lichterkette, die jetzt schon leuchtet. Und hier ist auch das einzige funktionierende Licht. Bei mir funktioniert keine einzige Glühbirne. Und hier auf der Fensterbank haben wir mein Stofftier. Und mein kleines Schrank ist eine Telefonzelle. Und mein kleines Schrank ist eine Telefonzelle. Das ist ein Motivkleiderschrank. Also ich kann sagen, das sind die einzigen Möbelstücke fürs Schlafzimmer, die ich habe. Mehr braucht man doch eigentlich nicht. Aber jetzt möchte ich auch erstmal den anderen Teil des Flurs zeigen. Also hier ist es sehr leer und leider auch sehr dunkel. Obwohl ich das Blitzlicht angemacht habe, ist es hier wirklich sehr, sehr dunkel. Deswegen auch die schlechte Qualität. Ich hoffe, ihr seht trotzdem alles soweit. So, hier ist die Gegensprechanlage. Hier ist nochmal die Tür von innen zu sehen. Also die Haustür. Dreifach gesichert. Vierfach sogar. Wenn man das Ding hier mit einbezieht. Und was ihr jetzt hier seht, ist Sperrmüll. Also das längliche Ding, das so ein bisschen gräuliche, das war mal eine Couch gewesen. Welche ich in einem meiner Videos zerstört habe. Und das dahinter, das war mal ein Bett gewesen. Das habe ich aber nicht auf Video aufgenommen. Das hatte auch aber auch eine etwas eklige Geschichte, auf die ich nicht näher eingehen werde. Nur so viel sei gesagt. Ich hatte mal eine Magen-Darm-Grippe gehabt im November. Und den Rest könnt ihr euch ja jetzt selber denken. Und hier ist der andere Couch-Rest. Also der andere Rest von der Couch. Ein kleiner Rest liegt noch auf dem Balkon. Das zeige ich euch gleich. Aber sonst soweit. War es eigentlich vom Flur gewesen. Ach ja, den Soundcheck hatte ich ja noch vergessen. Aber der ist hier eh nicht so spektakulär. Seht ihr? So, gleich geht's in den nächsten Raum. Aber welchen werde ich mir aussuchen? Ich entscheide mich für das Schlafzimmer. So, das ist das Schlafzimmer. Wie ihr seht, heißt es hier. Also hier wurde auch mein bisher beliebtestes Video geprägt. Und zwar rülpster Metall-Effekt. Und noch ein paar andere schöne Videos. Und wie es hier halt, zeige ich euch jetzt in einem Soundcheck. Und da es hier wirklich nichts mehr gibt. So, hier haltet es ziemlich. Ihr habt jetzt schon mal die Tür zugebracht. So. Auf geht's in den nächsten Raum. So, ganz kurz zeige ich euch jetzt mein Badezimmer. Auch hier funktioniert keine Glühbirne. Also deswegen ist es hier so dunkel. Und das war noch ein Soundcheck gewesen. Also wie ihr seht, ein ganz normales Badezimmer. So, jetzt zeige ich euch eine Kammer. Nix drinne. So, Soundcheck erledigt. Auf geht's zur anderen Kammer. Das hier ist die andere Kammer. So, auch hier ist jetzt der Soundcheck erledigt. Und da es hier auch nichts zu sehen gibt. Seht ihr? Nix zu sehen. Auf geht's. Aus seinen Stromkasten. Wasserzähler. Und das war's hier eigentlich. Auf zum nächsten Raum. Nun kommt das sogenannte Wohnzimmer. Wie wohnlich es ist, werdet ihr jetzt sehen. So, das schöne Wohnzimmer hier. Einfach nur rund um Sicht. Und wie ihr seht, hier noch mal zur Bestätigung. Hier ist nix drinne. Und hier haltet es auch wieder so schön. Ein kleiner Soundcheck. So. Und was gehört zur Wohnzimmer hinzu? Der Balkon. Also der ganze Sperrmüll, den ich nicht in den Hausmehl bekomme, den habe ich erstmal hier zwischengelagert. Also eine ganze Riesenmenge. Und auch hier ist jetzt der Soundcheck erledigt. Machen wir zu. Und auf geht's in den nächsten Raum. Jetzt kommen wir ins sogenannte Kinderzimmer. Also der Raum, wo ich als Kind und Jugendlicher gelebt habe. Hier sind wir. Hier wieder eine schöne Rundum-Sicht. Und ihr seht, hier ist auch nix mehr drin. Und hier ist auch nix mehr drin. Soundcheck erledigt. Und, lasst mich mal kurz überlegen. Ich habe euch jetzt alles so weit aus meiner dreieinhalbseberwohnung gezeigt. so jetzt seht ihr mich endlich wieder und ich hoffe euch hat meine ruptour so weit gefallen hier noch einmal ein schnelldurchlauf so ich beginne hier mit dem kinderzimmer hier ist alles schon leer dann geht es weiter mit dem flur hier am ende des flur schlafe ich ja weil ich euch ja schon alles schon ausführlich erklärt und jetzt seht ihr mal den anderen teil des flurs mit den ganzen sperrmüll gleich geht es weiter mit dem flur so hier ist einmal das wohnzimmer hier ist ja auch nichts drin der balkon wird sein sperrmüll nun geht es weiter entlang des flurs hier mit der einen kammer mit der anderen kammer wo auch nichts drin ist mit dem sogenannten schlafzimmer wo auch nichts drin ist mit dem badezimmer welches wie ein steg normales badezimmer aussieht und zum schluss die küche also hier wo ich angefangen habe mit der ruptour so das war jetzt die ruptour im schnelldurchlauf so bevor ich jetzt das video beende möchte ich noch ein bisschen rülpsen und reden also hier passiert nichts mehr viel also wer möchte kann hier schon weg klicken also ich hoffe euch hat meine ruptour gefallen eigentlich war es mir eine haustour weil ich euch ja die ganze wohnung gezeigt habe und wie ich am anfang des videos ja gesagt habe möchte ich mal wieder ein paar videos in meinem so genannten studio drehen solange ich es noch habe also ein paar monate werde ich hier bestimmt noch wohnen ob mein so genannte studio eignet sich ja gut um eine rülps künste zu demonstrieren und wie ihr seht oder gesehen habt lebe ich wirklich sehr spartanisch was haltet ihr davon schreibt es doch mal in den kommentaren so das war es jetzt eigentlich von mir und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt so 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 so